Oh, und fertig. Der Mailcontator wurde auch eingesackt, weil er nicht ausgebrannt ist. Wenn die Mission beendet wird, wird hier gecheckt, wie der Mailcontator auf der Karte drauf ist. Solange er nicht ausgebrannt ist, wird er automatisch eingesammelt. Schöne, leichte Mission, genauso wie angesagt im Spiel. Dürften wir ein paar Beförderungen drin haben. Exzellente Arbeit, allgemein. Ein anderer beeindruckender Effort von unseren Truppen. Welcher warst du? Du warst der Rocketeer, oder? Yep. Du bekommst Warhead. Und die anderen beiden mache ich erst in den Baracken. Und auch erst, wenn wir sie brauchen. Leichen sind dabei, Mailcontainer auch. Alles gut. Und 80 Bucks. Was viel wichtiger ist. Damit ich damit diverse Sachen kaufen kann. Ja. Zum Beispiel hier was. Das excavate ich gerade für das Repair-Teil. Das habe ich excavated für... Ich glaube, ich hatte es excavated für die... Fürs Gefängnis. Dieser Holding Cell. Aber eigentlich wollte ich hier doch einen 6er Laboratory Block haben. Später. Und ich kann mir den Girogorn in Zukunft schon vorstellen, wie er denn rumnörgelt, dass alles nicht so schön symmetrisch aussieht. Und dann hier die Zelle abreißen, um sie woanders hin zu transportieren. Ja, nee. Das war ein Fehler von dem Girowehr. Da kann ich aber nichts für. Das heißt, ich setze das dann später hier hin. Aber die 80 Bucks will ich dafür jetzt nicht ausgeben. Die behalte ich lieber für Upgrades in der Officer School oder ähnliches. Ja, da hat er recht. Das sollte ich auch tun. Aber... Noch nicht jetzt. Kann ich die überhaupt schon bauen? Nö. Was faselt der Typ da? Research. Change Research. Richtig. Dazu müsste ich nämlich das hier erforschen. Habe ich noch gar nicht. Wir sind momentan bei Advanced Body Armour. Da will ich auch bleiben. Zurück. Einfach weitermachen. Zwölf Waffenfragmente. Dispatch. Yo. Oh. Terror. Aber Terror in Amerika. Und das ist super. Weil wir den Kontinent eh schon abgeschoben haben. Das heißt, wir können uns wieder mal... Keine Sorge um Zivilisten machen. Wir sollten allerdings jetzt die richtig guten Leute mitnehmen. Du bist ein Chef, ne? Ja. Du kommst mit als Chef. Du kommst mit als Pukio. Ich nehme euch alle genauso mit, wie ihr hier seid. Das ist eine solide Truppe. Sogar mit Medic. Also da ist alles jetzt bei, was ich brauche. Außer vielleicht einen Sniper. Ah, bei Terror Missionen ist öfters die Runde schießen können. Das sind doch schon wichtiger als Präzisionsschüsse von einem Sniper. Ja. So. Ausrüstung. Ich hätte gerne bei euch ein Lasergewehre. Oder andere Laserbewaffnung. Außer du. Du hast leider noch keinen Ichivalent. Hm. 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 Ja. Mach es aber mal fix. Die Ausrüstung unten sollte ja noch einigermaßen eingestellt sein. Also Granaten und so weiter. Das merken die sich ja quasi, was sie gerne hätten. Einen Scope könnte ich noch verteilen. Ich denke, ich gebe das dem Heavy. Weil der hat ja so ein bisschen mehr Umf. Und mit dem bisschen mehr Umf dann auch besser zu treffen. Klingt für mich sehr gut. Ach Mist. Das Ding war beschädigt worden. Und ich habe noch keine Repair-Einheit. Also kann ich es nicht nutzen. Ja. Das ist dann schade. Du bekommst trotzdem eine Scope. Weil das Ding macht immer noch gut Schaden. Du bekommst ja den Scanner. Na komm schon Leute. Ist der Scanner auch kaputt? Make Items available. Loadout. Ja. Ist wohl auch kaputt. Mist. Na gut. Den bekommst du. Ein Mad Kit. Die Granaten sind soweit okay. Aber die Bewaffnung stimmt nicht. Laser, Laser. Kein Laser, kein Laser, kein Laser, Laser, Laser. Ja, der Scout ist jetzt auch ein bisschen meh. Ich habe dich so schnell gemacht mit der SMG, damit du triggern und weglaufen kannst. Brauchen wir es beibehalten? Ich brauche ein bisschen Piu-Piu. Und für ein bisschen Piu-Piu bekommst du noch Laser-Side. Und das mit der einen Granate hier gefällt mir sogar ziemlich gut. Weil wir werden nicht so viel heilen müssen. Weil so viel Zeit hat eine Terror-Mission normalerweise nicht, wenn man wenigstens versucht, ein paar von den Zivilisten zu retten. Auch wenn es Amerikaner sind. Ne? Alles gut. Zip-Zip-Zip-Zip. Zip-Zip-Zip-Zip-Zip. Launch. Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip. Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip-Zip. Gucken wir doch mal. Oh, die Karte ist eng. Ich wusste nicht, dass es eine Terror-Karte sein kann. Also wie gesagt, die Karte ist recht eng. Ein bisschen länglicher. Also normalerweise gefühlt zumindest sind die Terror-Missions-Karten immer ein bisschen größer und haben mehr Gebäude drin. Also auch irgendwelche Zivilgebäude und nicht eine Fabrik wie hier. Deckung ist gut, wenn man drin ist. Aber auch wenn man draußen ist, man kann halt sich an die Wand ranstellen. Einzige Problem, was wir haben, ist der Eingangsbereich hier. Da ist Deckung nicht so wirklich toll. Ja, ich weiß. Ja. Wenn ich jetzt irgendwas triggere, dann haben wir da einen Platz für Deckung, da einen Platz für Deckung und da zwei schlechte Deckungen. Der Rest ist... Oh, warte, hier ist auch noch was, ne? Ja, stimmt, hier ist auch noch einer. Also haben wir insgesamt fünf Plätze für Deckung und wir haben sieben Mann. Ja, das heißt, einer müsste raus sprinten und dann hier irgendwo hin. Mit dir gucke ich jetzt erstmal da hin. Zwei Floater. Das klingt gut. Wenn ich jetzt allerdings hier hin laufe, um volle Deckung gegen die zu haben, könnte ich hier noch was triggern. Und das will ich eigentlich eher nicht. Stattdessen mache ich jetzt hier Hunker Down. und hoffe, dass ich die Schüsse auf ihn lenken kann. Aha. Wenn ich jetzt hier hingehe, könnte ich rechts was triggern. Und dann hat er ein Problem, weil er wird flankiert. Hier kann ich komplett nicht hingehen, weil dann werde ich vor dem Floater flackiert. Also ich hätte nur den Panzer. Okay. Allein, den Panzer. Wobei, hier geht auch noch, ne? Ja, da und da geht. Dadurch habe ich jetzt fast eine Runde verloren. Aber es ist sicherer für unsere Soldaten. Nicht für die Zivilisten, aber für unsere Soldaten. Oh, drei können schießen. Ah, sehr gut. Wir haben ja keinen Kuss. Ernsthaft. Alter. Genau, da ist Floater Nummer zwei. Ich habe keinen Schrei gehört. Noch ein Floater Druck. Und Kröser liegen. Aber genau dafür haben wir ja unsere Granaten dabei. Du willst dich zurückziehen. Naja, nix da. Ja, kannst aufhören mit rumhampeln. Ich würde ganz gerne. Ich kann gerade nicht steuern. Ach, jetzt. Geh bitte da hin. Das nett. Ja, er kann sich jetzt nicht bewegen. Wenn er sich bewegt, ist er tot, weil die drei schießen. Wenn er sich ja nicht bewegt, können die ihn nächste Runde flankieren. Das ist die schöne Situation, in der er sich befindet. Wir haben allerdings einen Scout. James Black. Klingt auch wie ein Geheimagent. Der könnte triggern. Allerdings müsste er dazu... Ja, sehr weit laufen. Wenn er irgendwo hier hinläuft, kann der eine... Warte mal, du bist der Floater, der zweite Floater, richtig? Ja. Er kann einfach hier hochfliegen und dann schießen. Nee, ich denke, ich müsste hier hinlaufen. Könnte sein, dass die dann drei trotzdem nicht schießen. Weil es halt ein Feld dahinter ist. Gucken wir mal. Nö. Haben nicht... Oh, da ist noch einer. Okay, also das... Floater-Trupp Nummer eins ist der, der und hier auch noch einer. Und Floater Nummer zwei ist hier, bestehend aus drei Floatern im Overwatch. Ja. Auch wenn ich hier hingehe, würde der mich dann flankieren. Also ich bleibe jetzt hier stehen, kill den. Was? Okay. Die haben schon die Perks, mit denen ich darf schießen, wenn die anderen schießen. Weee! So, und jetzt probiere ich mal was. Ah, nicht weit genug. Weil die drei da auf einmal zu erwischen, wäre echt nice gewesen. Klappt aber nicht, das ist okay. Das heißt, er wird hier in Overwatch gehen. Du siehst von hier aus leider nix. Das heißt, ich schicke dich ein Feld vor. Das wird gleich eine sehr schöne Rauchgranate. Das kann ich leider nicht benutzen, weil die beiden flankieren könnten. Zeig mal, wieviel du erwischst bin der Rauchgranate. Ne? Vier ist das Maximum. Nur welche vier? Ich denke, die beiden hinteren werden nicht angeschossen. Weil hier vorne zu viele Ziele sind. Ja. Warum bist du eigentlich in voller Deckung da? Zählt das Ding wirklich als volle Deckung? Das ist immer so hüft hoch. Ne, zählt es nicht. Mit der Maus, wo sie ein bisschen hingeht, sieht man, das ist nur halbe Deckung. Warum zählt es für dich als Ganze? Das ist schön, keine Frage. Aber ich würde es gerne verstehen. Nö? Hm. Ja, trotzdem denke ich, magiere ich auf die drei hier. Weil der rechts hat schön volle Deckung. Also richtige volle Deckung. Ähnlich wie der Panzer. Das sollte eigentlich okay sein. Die beiden hinten sind zu weit hinten. Ja komm, mach einfach. Und jetzt geht vielleicht einer von den Schüssen, die flankieren sollen daneben. Das würde mir schon fast reichen. Ja, Overwatch oder Steady Weapon? Weil ich weiß nicht, ob die im Overwatch da irgendwas gerissen bekommen. Ich glaube, ich mache lieber Steady Weapon. Bei den beiden hier hinten zumindest. Bei dir. Bei dir auch. Weil du kannst zweimal dann schießen. Genau. Hier geht eh erst mal auf die Zivilisten. Bis. Du gehst auf die Zivilisten. Oh, okay. Ah, Nummer zwei stellt sich direkt daneben. Du gehst auf die Zivilisten. Du gehst aber auch so, dass ich schöne Granate hier raufschmeißen kann, aber ich beide erwische. Na ja, alles gut soweit. Bisher will keiner versuchen, den Assault zu flankieren. Du schießt auf irgendeine Zivilisten. Und was macht Nummer drei von Trupp zwei? Nummer drei von Trupp zwei sagt gar nichts. Oh, man hört einen Krasoliden schreien. Da ist Nummer drei. Nummer drei hat gar nichts gemacht. Da haben wir stehen geblieben. Ne, das ist Nummer zwei von... Was war das da unten gerade? Also, das war nur ein Laufweg. Nein, ich will hier nicht hinlaufen. Danke. Was ich gerne würde, ist den da hinten töten. Das mache ich aber anders. Wo ist mein Granatwerfer? Du bist mein Granatwerfer. Du bist... Wenn ich... hier hingehe, könnte ich gut werfen. Aber dann müssen die beiden auch sterben, diese Runde. Weil wenn nicht, dann können sie ihn flankieren. Ich könnte einfach hier hingehen, oh? Ich habe ein ungutes Gefühl, was Triggern angeht von anderen Truppen. Alles mit dir. Du hast kein... Ne, hast du nicht. Keine Granate. Du kannst auch nicht holotaggen. Du kommst da nicht an, ne? Ne. Ja, es hat auch nichts mit Auslösen zu tun. Gibt es nichts zum Auslösen. Ne. Ja gut, du kannst eh nichts anderes machen. Also schießt du schon mal auf ihn. Zweimal schießen. Go. Jo. Solider erster Schuss. Und... Kein solider Zweiter. Was bist du? Du bist der Medic. Geh mal töten, Medic. Ja. Ja. Wordman könnte zweimal schießen, wenn er denn ein Ziel hätte. Hat er noch nicht. 71%. Ja, komm. Keine Granaten für dich. Kannst du mal schießen. Okay. Suppression ist weg. Heißt, du könntest schon einen Gun machen. Ich weiß nur nicht genau wohin, weil wenn ich mich hierhin stelle, bin ich tot wegen Flankierung. Ich könnte ihn so laufen lassen. So, bin ich hierhin. Weil er könnte eher hochfliegen und dann von oben runterschießen. Das kommt nicht so gut. Ich gehe auf jeden Fall schon mal hierhin. Gebe dann einfach ein Ziel ab. Ah, oh. Warte mal. Ciao. Ich habe noch niemanden mehr, der da hingehen kann. Ja, doch dich. Dann habe ich das selbe Problem wie vorher. Wenn du ihn nicht killst, killt er dich. Erst wenn wir eine Granate schmeißen, hätte ich später machen sollen. Wobei, du hast eine Command-Fähigkeit. Ich bewege dich da einfach mal hin. Guck, wie die Treffer-Chance ist. 83, komm. Daka, daka, den weg. Ja, oh. Okay, und du hast jetzt nochmal eine 53% Chance, den da hinten zu nehmen. Deswegen machst du jetzt deine erste Command-Fähigkeit. Auf ihn. Und er könnte ihn entweder anstupsen. und eventuell killen. Oder er könnte ihn suppressen. Ich suppress, weil ich niemanden verlieren will. Wahnsinn wie der ist, oder? Jo. Und das, obwohl du suppressed bist? Oder war es der andere? Oh. Oh. Der Kursor-Lied klang komisch. Aber eine Queen kann die noch nicht sein. Ne, 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 ne. Da sind wir 100 Folgen zu früh für. Keine Money. Jetzt hast du ein schönes 53 und 53. Ja, Problem ist, dass der halt im Overwatch ist. Das ist der falsche, ne? Ja. Trotzdem Schaden in Schaden. Ähm. Ja. Kannst hier nicht wirklich viel anstellen. 3% Treffer Chance. Ah, aber du kannst aufrücken. Vielleicht kannst du von da aus was sehen. Ne. Kein. Ja, warte. Warte, 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 warte. metberin. Warte, warte, warte. 言. Warte, 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 warte. Warte, warte.